Musik Guten Abend, liebe Kinder. Ja, ich weiß, wie es euch geht. Weihnachten ist noch eine ganze Weile hin. Und ich weiß noch, als ich Kind war und kein Schnee lag, es war langweilig. So trocken, so trist, so grau und man wartet ja auf die Geschenke. Aber bis dahin kann ich euch eine Geschichte vorlesen, denn den Kindern der Familie Boxwood geht es genauso. Auch sie können es kaum erwarten und eigentlich haben sie sich auch unter Winter etwas anderes vorgestellt als ein graues Wetter. Aber eines Morgens hatte sich alles geändert. Kommt mit mir nach Holly Pont Hill zu einer Wintergeschichte. Als Emily, Violetta und Oliver am Morgen aufwachten, fand der Jubel kein Ende. Wie von Zauberhand war aus der trüben, grauen Welt eine weiße Winterlandschaft geworden. Da gab es kein Halten mehr. Die drei stürzten die Treppe hinunter und stürzten in die Küche. Dort stand gerade Dr. Boxwood und bereitete sich sein Doktorfrühstück vor. Er musste bald auf Arbeit gehen. Nicht so schnell, lachte er. Was habt ihr es denn so eilig? Emily umarmte ihren Papa und blickte ihn mit großen Augen an. Papa, gehen wir heute Schlittschuh laufen? Ja, bitte, riefen die anderen wie aus einem Mund. Und Oliver setzte gleich noch beschwörend hinzu, unser Baum ist schon voller Schnee. Es war eine liebgewordene Tradition, bei Familie Boxwood auf dem großen See Schlittschuh zu laufen, sobald Schnee vor dem Fenster lag, das Wasser gefroren und der Baum vorm Haus weiß geworden war. Papa sah die Kinder ernst an und sagte, ich muss aber heute noch arbeiten. Hilfe suchend sahen die Kinder zur Victoria Rose, die gerade in die Küche gekommen war. Doch auch Mama schüttelte mit dem Kopf. Ich muss noch so viel kochen und backen, da kann ich die nächsten Stunden nicht aus dem Haus. Enttäuscht ließen die drei ihre Ohren hängen. Besonders verärgert war Oliver. Das bedeutet kein Eislauf, kein Schlittschuh fahren und kein Skifahren. Oh, Mel, was können wir denn machen? Der Tag ist heute wunderbar, aber ohne Eltern dürfen wir keinen Spaß haben, wetterte er und dichtete. Wenn der Kuchen wird gebacken und das Haus in Glanz gebracht, dann fragt keiner mehr danach, was die Rasselbande macht. Aber Oliver, es gibt noch viel mehr, was man machen kann, antwortete Victoria Rose. Probiert es. Ich bin mir sicher, ihr denkt euch etwas ganz Besonderes aus. Sieh mal, da draußen warten schon die anderen Kinder auf euch. Das stimmte. Heute waren sie alle draußen, Mäusekinder, Eichhörnchen und sogar der Fuchsjunge. Die Boxwood-Kinder blickten aus dem Fenster und Oliver rief aufgeregt, da hinten sind meine Freunde und rannte los. Emily rief ihre Freundin Piepsy, die Maus und Violetta machte sich auf die Suche nach Harry de Marda. Oliver wollte mit seinen Freunden den hasengrößten Riesen-Hasenschneemann bauen, den es je gegeben hatte in der großen, weiten Welt von Holly Pontell. Dafür hatte er extra aus der Speisekammer die größte Möhre für die Nase, ein paar Kohlen für die Augen und einen Topf als Hut mitgebracht. Emily gesellte sich zu ihren Freundinnen. Sie war schon zu groß für solche Spielereien. Die Mädchen sahen lieber den übermütigen Hasenjungen zu, die gerade eine riesige Schneewaldschlacht veranstalteten. Einer der Jungen hatte jedoch nicht richtig gezielt und traf Emily an ihrem Hasen-Propos. Empört drehte sie sich herum und als sie sah, dass ihr Bruder sich vor Lachen am Boden wälzte, schnappte sie sich eine Ladung Schnee und seifte ihm gründlich die Hasenohren ein. Ihre Freundinnen fanden es auch ganz nett und beteiligten sich an einer immer größer werdenden Schneewaldschlacht. Vergessen war, dass sie ja eigentlich junge Damen waren, denn so eine Schneewaldschlacht hat man ja auch nicht jedes Jahr. Unterdessen spielte Violetta mit ihren Mäusefreunden Schneeflockenfangen. Schneeflockenfangen. Was? Du kennst die Schneeflockenfangen nicht? Dazu legt man die Hände auf den Rücken, streckt die Zunge so weit heraus, wie es eben nur geht und fängt dann mit der Zungenspitze so viele Schneeflocken, wie man nur kann. Am Ende legt man die Schneeflocken nebeneinander und zählt, wer die meisten gefangen hat. Aber legt sie nicht in den Schnee, er findet sie dann nicht wieder. Violetta war kurz davor zu gewinnen, denn sie glaubte schon, die meisten Schneeflocken gefangen zu haben, als sie plötzlich den Mund voll Schnee hatte. Verdutzt blickte sie um sich und sah, wie ihr Bruder Oliver sich vor Lachen den Bauch hielt. Er hatte Violetta versehentlich mit einem Schneeball getroffen. Violetta war etwas verärgert, denn sie hatte gedacht, sie hätte gerade die dickste Schneeflocke von ganz Holly Pontill gefangen. Dann kniff sie die Augen zusammen, machte hinter dem Rücken klammheimlich einen Schneeball und schickte ihn mit den besten Grüßen zurück an ihren Bruder. Doch der duckte sich rechtzeitig und so traf der Schneeball einen älteren Hasenmann, der sich an seine Kindheit erinnerte und lachend mit Schneebellen antwortete. Nach der Schlacht lagen Emily und Oliver glücklich und zufrieden im Schnee. Alle Streitigkeiten waren vergessen. Bald setzte die Dämmerung ein und die Kinder gingen nach Hause. Dort wartete schon Mama Boxwood mit heißem Kakao und leckerem Würmchenkuchen auf die durchgefrorene Rasselbande, als Papa plötzlich in der Tür stand und sagte, ich habe heute früher Feierabend gemacht. Wir könnten jetzt noch schnell ein paar Runden Eislaufen gehen. Hurra, riefen die Kinder, die nach dem Kuchen wieder munter und bereit für die nächsten Abenteuer waren. Zusammen ging Familie Boxwood zum zugefrorenen See und sang dabei das alte Eislauflied. Wie bitte? Du kennst das Eislauflied nicht und möchtest trotzdem mitmachen? Na, dann hör mal hin. Was kümmert uns die Kälte? Was kümmert uns der Schnee? Wir wollen Schlittschuh laufen, wohl auf dem blanken See. Wir wollen Schlittschuh laufen, nur auf dem blanken See. Als die Boxwoods am Abend zufrieden und erschöpft nach Hause gekommen waren und die Kinder in ihren Betten lagen, erzählten sie Mama und Papa von ihrem aufregenden Tag, wie sie einen Schneehasen gebaut und Schneeflocken gefangen hatten und natürlich von der größten Schneeballschlacht aller Zeiten. Ich wusste ja gar nicht, dass man im Winter so viele lustige Sachen machen kann, sagte Oliver und gähnte dabei. Er wollte noch etwas hinzufügen, war aber schon eingeschlafen. Auch Violetta und Emily waren schon im Land der Träume, als Mama und Papa ihnen einen Gute-Nacht-Kuss gaben und sie zudeckten. Ich wünsche euch eine gute Nacht und eine wunderschöne Weihnachtszeit. Was kümmert uns die Kälte, was kümmert uns der Schnee? Wir wollen Schlittschuh laufen, wohl auf dem blanken See. Wir wollen Schlittschuh laufen, wohl auf dem blanken See.